Dankeschön, also ich sag jetzt mal Hotzen, weil ein Person Raid ist für mich, Hotzen. Simpler Hotzen. Ja, welcome. Welcome. Watashi wa, welcome. Ehe. Penantayou. Ehe, Penantayou. Ehe, Penantayou. Ich bin am Stream vor Zilla. Kannst du mal bitte auf mich mit deinem Schwanz zu verprügeln? Nicht vor dem Monitor stehen. Okay. Okay. Da ist jetzt dein Platz, damit hast du zu leben. Und wehe, du maulst rum. Entschuldigung, Entschuldigung. Es gab technische Schwierigkeiten. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Nichts um das wir uns Sorgen machen müssen. Ah, nimm deinen Schwanz da weg. Alles okay. Alles okay. So, this is gonna sound strange cause I know beauty products have things you wouldn't think. Like insect farts and poop and stuff. So I'm wondering if the ammonia is just a bunch of people who collected cat piss and just put the cat piss inside the dye and they're like, this is gonna be a thing. And then, and so we're just putting cat pee on our hair when we dye our hair. Along with other things, Grant you, but... I mean by now technology has gotten to the point where no, but I wouldn't, I would imagine, I mean there was a point in time when women were dying their hair with like berries and things like that. Same with their makeup. So yeah, everything starts somewhere. So cat pee. When you dye your hair, you're putting cat pee in your hair. The more you know. Like just imagine the rainbow and the stars would be like... Like it just cuts and they're just like the more you know thing. 7 is half a lot of dumb because 1 killer is too little and 2 killer is too much. I don't know. So. Even if I wanted to show you and say, yeah, shoot your hair just to 7. Hahaha. I will also not with us then, yeah. Are we now a one or two? Okay. A one. Okay. The one. The one. The one. The one. The one. The one. Back. ich habe ich habe sie dann zum bett gedrückt also wurde gedrückt so jetzt lege ich mit ihr auf dem bett mit ihren ich wollte es in eine ich habe sie in eine richtung gemacht die ich nicht wollte ich bring mich selbst auf wie den mountain da kommen die nächsten videos es wird immer schlimmer wenn ich das so sehe ich habe die milf zugemacht nein ich habe die milf zugemacht sucks to suck i guess sommer 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 was 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 und wenn leute dich mit voldemort gleichsetzen dann tun sie dies dann ist das ihr pech irgendwie habe ich beim machen meiner pancakes eine erschütterung der macht gespürt also beim machen meiner pancakes hatte ich irgendwie so das war so dieses gefühl das war dieses komische gefühl dass ich heute sehr viele marshmallows in mich rein stopfen werde irgendwie 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 habe ich das gefühl dass ich gleich in den karaokestream wechseln werde und mir die marshmallow packung hier auf den tisch legen werde und wir singen dann zusammen well now we have to figure out a way to like like this is like the future and i'm like matrix all style and they're like i'm like i'm an average kid i'm an average kid i'm an average kid i solved it and then eventually in one of the games i break the matrix and i'm like holy crap wait i've done this before this has all happened before except except i was with kyoko but kyoko is not here anymore and each character is a different person and whatever with a molotov in hand with a molotov in hand break out of the matrix and run into juco's arms with a molotov in hand and a fucking a molotov in hand strapped with a bunch of grenades just like get an r45 r45 like get decked out with a railgun and everything like that die ganze kohle ist weg melde dich mal sofort bei mir ich möchte nicht gezwungen sein die polizei rufen zu müssen ja alles klar ciao habe ich das gerade richtig gehört i have a dick danke für den follow it kani danke sehr danke so you you